Beim BUL TL2, dem zweiten Trainingslauf für den Bundesorientierungslauf, lief ich von Zeil am Main bis nach Oberheit am Main. Stadt am Zeiler Bahnhof für meinen zweiten Trainingslauf im Bundesorientierungslauf. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier geht es jetzt dann weiter zum Keppele hoch. Blick vom Keppele auf Zeil. Das Keppele. In Richtung Main. Das war wohl auch mal eine Burg. Es ist aber nur noch ein Burgstall, da hinten ist aber ein Tor. Jetzt gucke ich mir die burgrüne Schmachtenberg an. Schmachtenburg. Jetzt gehe ich zuerst den Rundweg und dann gucke ich mir nach oben die Burg an. Jetzt geht es den Berg runter. Der Boxbeutelweg. Maria mit Rosenkranz. Maria mit Rosenkranz. Maria mit Rosenkranz. Musik Übisbach hoch Übisbach Jetzt gehts dann schon bald nach Stettfeld runter und dann lasse ich die Berge hinter mir Dann gehts noch ein ganzes Stück am einen entlang bis Oberheid Jetzt gehts runter Die Weingegend habe ich jetzt hinter mir gelassen Das ist jetzt meine Obstgegend Im Hintergrund die Lärm der Autobahn Stettfeld Stadt des ersten Bezirksorientierungslaufs Musik 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 Altwasserabend des Mainz Lange gerade würde ich sagen Mal schauen, vielleicht erreiche ich den Zug noch nach 16 Uhr Sonst muss ich eine Stunde warten Musik Oder auf dem letzten Kilometer Müsste ich eigentlich noch schaffen Bis zum Nächsten Zug Musik 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 Musik